um Joao Leute und herzlich willkommen wieder vom Kanal Dommel Rules und wie ihr seht wir haben jetzt endlich geschafft die 60 Abonnenten zu knacken und wie ich schon angekündigt hab jetzt gibt es dann bald auch den Livestream und zwar wird er stattfinden entweder Freitag abends oder Samstagmittags genau und wahrscheinlich wird es auf Twitch sein weil ja irgendwie ich hatte es schon probiert auf YouTube und da hat es nicht so ganz geklappt da hatte ich irgendwie nicht die Rechte dazu deshalb mach ich dann auf Twitch und genau hier in dem Video seht ihr einfach halt mal wie ich meinen ersten Geister spiele und den konnte ich leider, leider konnte ich ihn nicht einsetzen ich hab natürlich richtig abgefuckt deswegen hier so einer von den Abfuckmomenten von Black Ops 3 dann in dem Video ist noch ein zweites Gameplay das kommt dann danach da hab ich zweimal mit einem Cerebus richtig, ja ich will nicht sagen rasiert aber ja ordentlich abgeräumt genau so äh ja wenn ihr irgendwelche Fragen habt meldet euch einfach wenn ihr Wünsche habt was ihr sehen wollt meldet euch einfach dann war es das von meiner Seite ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen lasst ein Like da oder einen Kommentar falls ihr irgendwelche Kritiken habt oder Verbesserungsvorschläge ich bin offen für alles und ja falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt abonnieren bis dahin ciao ich brauch ne Drohne alter sonst seh ich nix alter so du versorgst mir das jetzt nicht, du versorgst mir das jetzt nicht, du versorgst mir das jetzt nicht Ich habe so lange gekämpft JAAAHHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAH ICH HABZE GEILS Versuch Keine Ahnung, hab ich ruhig OOOOOOOOH 215 durchgegen Ich hab jetzt ein 15 zu fucking 4 Ich hab's verkocht 1 Geil Heeeh Junge alter Ohr Digger, ich hab richtig geschwitzt. Hab ich ihn jetzt auf? Ich hab ihn jetzt auf. 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 Ich hab ihn jetzt auf.